Es hat sicher einen Monat gedauert, bis dann die letzten Haare, also bei mir sind eigentlich alle weg gewesen dann im Juli und im September haben sie dann wirklich wieder alle richtig angeschoben und dann hat man schon gemerkt, dass da jetzt was kommt. Also das war im September, habe ich das letzte Mal die Haare kurz rasiert und dann habe ich es eigentlich wachsen lassen. Ganz offen, also ich habe es auch in der Arbeit erzählt und Freunden, hat eigentlich jeder gewusst, jeder war dann immer so, okay, wow, da geht jetzt was weiter und so. Und regelmäßig habe ich dann von meinen Freunden gehört, wow, mit dir sieht es wirklich super aus schon und ja, das habe ich ganz offen gestaltet. Ja, es ist schon immer, als Schock würde ich nicht sagen, aber schon eine Überraschung. Also es ist wirklich einfach anders. Also ich habe so viel weniger Stirn auf einmal und ja, es ist einfach gut gelungen alles. Bis zum nächsten Mal. 氏